Fitness bedeutet für mich, frei werden, Ausstrahlung zu zeigen und stabil zu sein. Stärke spüren, Stärke zeigen, sich weiterentwickeln, Dinge zu überwinden, von gewissen Dingen auch Abstand zu nehmen. Mein Name ist Pietro Lucifora, ich bin Personal Trainer in Hamburg, aber vor allem der Experte für eure Leistung. Ich bin in der Schanze aufgewachsen, mein Onkel war immer mein Vorbild auf dem Fußballplatz, angefangen beim SC Sternenschanze, weiterhin zum FC St. Pauli, dann rüber nach Sizilien, zum US Syrakus, da wo ich auch mein Profidebüt hatte. Ich habe sofort in meiner Mannschaft gespürt, auch wenn ich verletzt war, dass ich jemandem helfen wollte. Ich war sofort der Coach. Ich möchte nach außen hin zu allen Fußballern sagen, dass hier ein Mann für sie dasteht, der ganz genau weiß, wie sie sich fühlen, in allen Lagen auf dem Fußballplatz. Hier lernen sie zu wollen und zu beißen, denn es gewinnt immer nur der, der wirklich will. In meiner neuen Trainingsmethode gibt es ganz viele Übungen, die den Chor von den Fußballern stärken. Das ist ganz wichtig für einen Fußballer, wenn er im Zweikampf ist, sich zu behaupten. Und wir werden ganz viele Übungen ausüben, die uns hier in unserer Mitte ganz stark machen. Durch meine Erfahrung weiß ich ganz genau, dass ich Sportler weiterbringen kann. Beispiel bei Boxfeldmeisterin Susi Kentikian haben wir das gesehen in Stuttgart, dass sie es kann. Okan Kurt vom FC St. Pauli macht immer die Vorbereitung für die Vorbereitung bei mir und hat sich super entwickelt. Das ist eine Sache, die mir zeigt, dass die Methode auch anschlägt. Und für mich gibt es kein Wenn und Aber, denn Sport ist eine Sache, die einfach zu mir gehört. Ich stehe morgens auf und mache das einfach.